Der Schwarm im Anmarsch! Na dann, let's go! Auf ein neues! Aber dann stellt er den Weg auf! Ach was! Dann sind sie eh schon unterwegs! Oh, schöner Laser! Oh, komm, komm, komm! Ja, genau! Bleib bei ihm! Bleib bei ihm! Kannst du nicht näher kommen, oder? Was ist da raus? Ja, genau! Ja, die winks auch noch! Super! Ja, ja, die rufen überall hier rum! Die rufen überall hier rum! Ja, der Laser ist ein guter! Ist ein guter Alter! Oh! Ja, Mann! Perfekt! Da ist auch noch was! Oh! Schöne Zerfetzung! Komm! Ja, Mann! Ich freu mich einfach nur so sehr! Fuck! Ah, das war jetzt klar! Ja! Ja, Mann! So muss es sein! So platzen die Huhn-Kinder! Oh! 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 Es hat's alles schon hin! Haha! Scheiße! Etwas ist gut gesagt! Okay! Okay! Ah! Dann wird mich wahrscheinlich das zweite getroffen haben! 100%! Komm! Ja, Mann! Wird mich fix das einmal das zweite getroffen haben! Deshalb bin ich dann nochmal mehr gegangen! Was das? Was? Ah! Das war clever! Das war clever! Ah! Ich hatte das Gefühl, dass du jetzt geschießt! Irgendjetzt! Dass dich so geschießt und bewegt, oder? Oh! Oh! Falls nicht! Solltest du dich lieber beeilen! Oh! Keine Frage! Ich sehe sie! Ah! Guter Schuss! Oh Scheiße! Luca! Oah sí! Fuck! Wen treffen wir denn hier? Guter.... Was ist los?! Der Sender! Geschlechte! Der hat uns schon in der Wüste mal kurz beobachtet. Alter, diesen Haare der Tintenfisch, da kann man nichts ausrichten. Einfach nur Schusswaffen, let's go! Du hast die Wahl und du hast sie vergoldet. Lebendig oder tot, du gehörst zu uns. Oh, Scheiße, das ist eine schwere Entscheidung. Du hast deine Wahl getroffen. Ich hab ihn einfach liebgewonnen während der Reise, sorry. Ich muss den hernehmen und nicht vom Up-Charakter, von den ersten Parteien. Das tut mir leid vor sich. Aber trotzdem, man muss es so rechnen. Du hast bis jetzt nur im fünften Teil gespielt. Weißt du, was ich mein? Ich glaub, wenn man die Vorgänger gespielt hat mit dem vierten, wo man ernst spielt, ich glaub, da hat man dann mehr Super-Tiefel an. Neeeid? Jaudig! Wieso hat sie jetzt nicht mehr? Ich kann nicht mehr. Es tut mir... Es tut mir so leid. Der, ich weiß, ich weiß, das tut mir so leid. Er war auch mein Freund. Aber wir müssen jetzt los. Jack. Mach uns bitte nicht. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Scheiße. Ja, so eine scheiße Wahl. Alter, das war eine scheiße Wahl hier. Alter, mit der Musik und so das Ganze. Kommt das schon was? Such weiter nach dem Ausweg. Das kann schon voll was mit der Musik. Bist du auch nicht? Ah, ja, ich glaube, ich muss draufdrücken. Ja, ich glaube, Jack wird mir weniger helfen können. Okay, ich glaube, wir kriegen das hin. Fuck. Mist. Mist. Zentrale, Delta hier. Wir sind in Schwierigkeiten. Mayday, mayday, mayday. Nein. Nein. Ich bin nicht los. Oh shit. Oh shit. Ich muss an Parkieres Zoll zur Mauer bringen. Hey großer. Bewegung, du hast ihn gehört. Oh shit. Ach du Scheiße, der schaut einfach nur geil aus, der Große. Einfach mehr Transformer. Na moin. Okay, der geht schon so automatisch hin. Ich weiß jetzt nicht, in welche Richtung. Nein, ich kann nicht mehr in die Richtung gehen. Passt. Okay, aber wir brauchen nur die Pistole am Start. Alles klar. Ich wollte schon wechseln. Da, da ist unser Ausweg. Ist das wenigstens... Ja, das ist eh die gute. Na schau. Na schau, ist eh wenigstens eine gute Waffe. Okay, auf die andere Seite. Oh, Pistar, wie schäftig. Na, okay, wir können mal neu hier. Na, bum. Wir hören dich, Markus. Wir kommen. Wir müssen zu ihm. Jetzt. Ich bin froh, dass wir Jack haben. Das wird ja ein bisschen schlechter ausschauen. Oh, scheiße, wie soll ich auf jeden Fall losgehen? Hahaha. Scheiße. Wie geht es schon? Hahaha. Wie geht es schon, dass auf jeden Fall alle losgehen? Das ist doch jetzt gleich voll, oder? Ne, 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 ne. Ah, du Huhnkind. What? Was soll ich jetzt erleben? Was soll los? Fuck. Na, woat. Na, woat. Na, woat. Na, woat. Na, woat. Na, woat. Fuck. Der kann sinken, gell? Ah, der kann sinken. Der Wichser. Wow. Ah, immerhin. Totatwe. Na, woat. Ja, du mit der Süßer. Du Süßer, ja, süßer, ja, süßer, ja, geh ficken, oder? Oh. Ja, was? Du willst mich übernehmen? Ich glaube, das könnte sehr hilfreich sein. Oh, und wie. Und wie hilfreich das sein kann. Haben wir sich gleich mal ein bisschen weiter nach vorne, he? Ja, da trauen wir sich gleich mal ein bisschen mehr. Oh, das hab ich nicht gesehen. Das hab ich nicht gesehen. Was? Oh, hast du eine andere Mauer gemacht? Na, 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 schau. Schau, der Tesser. Haha. Zack. Und tschüss. So, tun wir gleich mal nachladen hier. Tun wir die Klima austauschen. Nee, du nicht. Die auch nicht. Die auch nicht. Die auch nicht. Die auch nicht. Ja, die ist ja so wieder nicht. Nichts. Und dann. Also, ebenso. Ich hab' nicht. Geil die nächste. Ja, die hab' ich eigentlich gewarnt. Die ist ja so wieder angenehm. Okay, anscheinend gibt's aber nicht. Die riech' wirklich viel davon, oder? Ja. Das wird so. Ist da vielleicht der Omi denn das? Könnt schon sein, dass da irgendwo Samuropäck ist, gell? Okay. Hier könnte schon was liegen. Kann man eh tu... Na, da kann man nicht durchgehen. Alter. Geh mir denn da, was ist sonst dann dran? Soll ich da runtersteigen, oder was? Okay, ansagen wir dir nochmal nichts. Ja, dann steigen wir. Okay. Kann... Okay, dann tue ich das jetzt mit deinem Gerät. Kann der vielleicht sein durch? Ja, na schau. Jetzt geht's. Ein bisschen anlaufen. Geil, gell? Und geht schon rein damit. Ein in die Olga. Oh, shit. Oh, shit. Würden wir sagen, der hat definitiv nicht genug gekriegt. Von uns. Ist das ein Fan? Oder was? Dann roll dich zur Seite. Ah, genau. Warten wir mal das Kiefer hier mehr. Hätte gesagt. Ähm, wie wollen wir erklären, dass der Sonne mal tot ist? Vielleicht weiß es ja schon. Ha. Ich glaube, wir sollten uns jetzt gleich noch nicht erzählen, was genau vorgefallen ist. Nicht unbedingt sollten wir es ihm noch erzählen. Ich finde das so geil, wenn das für uns ist. Er fetzt eh schon wieder alle ab, oder? Ah, gibt es eh niemanden mehr, oder was? Oh, ja, dahint. Oh, dahint gibt es eh noch genug. Oh, die kommen eh noch. Die kommen eh noch zahlreich. Da brauchen wir sie eh keine Summe machen. Da gibt es eh noch genug Gegner. Irgendwie kommt mir das teilweise auch so vor, wie wenn die überhaupt keinen Schaden wäre. Machen die Waffen, wenn man so weit weg entfernt ist teilweise. Ahaha, jetzt tobt er sich wieder aus. Oh, da kommt der ganze Große daher. Da kommt der ganze Große daher. Tschüss, Stefan, wie schnell ich herrutschierst, Leute. Bist du, Marisch. Haha, verbrenn dich nicht. Du bist, ob du da oben bist. Genau aufgehört, aber genau in die realsten Momente, Leute. Was? Afig weniger. Haben wir sie gern pluraler Vierer? Geht ja. Dann machen wir mal die scheiß Drohne der Meier. Quatsch, kann die Drohne? Das kann die Drohne. Gucken wir. Da bin ich jetzt gespannt. Ist die Drohne jetzt wie dieser? Das ist auch praktisch. Das ist praktisch. Wenn ich das gewusst hätte, wie bist du, Teppach. Ach du Scheiße, wenn ich das gewusst hätte. Stefan, ich kann die Waffe nicht nachvollziehen, wenn ein Bistach nicht ist. Oh ja, das dürfen wir hier nehmen. Denk mal, kannst du wie, bist du wie, bist du nicht? Ha! Der ist eh gleich hier. Der Wichser. Ja, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Ja, Mann. Perfekt. Perfekt, perfekt, perfekt. Oh, jetzt wird's interessant. Ja, das ist so eine Sache. Nice. Nein. Nein, 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 nein. James. Gott verdammt, James. Es tut mir so leicht. Wir sind noch nicht fertig. Braucht ihr jemanden? Taxi? Hier ist alle zurück an die Bauer. Unsere Peisender sind offline und der Schwarm ist auf dem Weg. Bert, Delta ist unterwegs. Was ist da oben? Wollt ihr da oben? Wollt ihr uns? Wollt ihr da oben? Wollt ihr mich? Das kann ein geiler Trip werden. Äh, sie kosten auch, na super. Ich hab uns schon bei dir auf... Woaa, das kann was werden. Die von wo? Oh fuck. Oh fuck. Oh fuck. Das war nicht schlecht. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Oh, geil. Oh, fuck. Ähm, ja, das war nicht schlecht. Ich hätte einen Puff treffen. Was denk ich doch gar auf Fressen und die Ingers. Was denk ich doch gar auf Fressen und die Ingers. Was denk ich doch gar auf Fressen und die Ingers. Ich versuche es aber zu fallen. Los da, gib mir Deckung. Boah, das war ein Leerbrocken. 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 Das war gut. Nehmen wir die andere Puffen. Hallo. Kommen Sie schon raus. Come on. Oh, boahle. Ah, ich sehe schon. Sie kommen jetzt gerade dazu. Ah, der kommt schon dazu. Na passt. Muss man aufpassen. Von der Seite schon mal. Ah, der Scharfschütze wäre super, wenn der zu uns kommt. Wenn wir den Scharfschütze nennen, wäre es auch noch chillig. Der zeigt sich eigentlich eh relativ gut. Der zeigt sich wirklich gut. Kann man, ja, den kann man eh gut besiehen. Ja, das stimmt. Und der kann schon mal ein bisschen zuhören. Bis und der Bub gehen. Amorgen. Oh, wot, 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 wot. Hey, hey, hey. Ähm, explodiv woanders, Prixer. Und das sind kleine. Wie die Kremlins, oder? Wie die Kremlins. Auf Wahnsinn. What the fuck? Sie und Sie und... Alter, was soll denn da... Was geht denn da ab? Warte, nehmen wir statt. Die Waffe, die Waffe. Ideal. Dann haben wir sie ein bisschen offen. Wir sind alle da oben.